servus grüßt euch kurz zur seite schieben heute zeige ich euch wie ihr die sap hat downloaden könnt ihr geht auf die homepage subgrade geht auf jetzt downloaden und wenn ihr auf einbauteile stößt egal welches angelegt kommt ihr erstmal auf diese seite dort füllt ihr dann eure angaben entsprechend aus das ist sozusagen damit das produkt kostenpreis brauche natürlich eure angaben damit ich den herstellern sagen kann schatz her so viele kunden nutzen dieses system dann muss man hier einmal agbs anhaben und jetzt einfach kurz warten zwei sekunden 12 und schon könnt ihr jetzt die sachen downloaden das war es auch schon jetzt zeige ich euch wie ihr das ganze ins linke also ihr könnt jetzt alles mögliche unterlagen wie ihr wollt und ich wechsel mal zu plan ich gehe meinen downloads ordner und alles was wir jetzt machen muss ist einfach nur dieses diese smz datei per track and drop in album reinzuziehen ich muss einmal ok bestätigen weil ich bilder speichern aber ansonsten muss müsst ihr das eigentlich tun so ein nummer rein und das tolle ist im ganzen büros und die ganzen sap parts jetzt installiert ihr geht dazu einfach in eure bibliothek unter büro support und dort findet ihr alles support unter anderem auch attribute ändern dieses python part was ist und ich glaube unter schmankerl gibt oder upgrades oder upgrades genau zusätzlich zu den support gibt es noch eine mengenliste das heißt wenn ihr auf reports geht in alplan 24 unten auf büro scrollen support und da gibt es die mengenliste elf ist die aktuelle und dann sage ich ok auswählen und dann habt ihr eine herstellerübergreifende und einbarteilübergreifende mengenliste könnt euch die dd darstellung anzeigen lassen oder die ausschreibungstext links anzeigen lassen oder mit details könnt ihr hier draufklicken habt mark and zoom in alplan wo das ganze verbaut ist ich hoffe ich konnte wieder kurz aufklären freue mich bis zum nächsten mal ciao euer peter servus jetzt musst du liken um dieses video zu verbreiten alplan und bim kriegen wir gemeinsam hin servus ein klick für dich ein ritterschlag für mich auch abonnieren und die glocke aktivieren